so ein herzlich willkommen jetzt müsste jetzt tag nummer vier sein ich war gerade eben noch nation war deswegen haben wir sicherlich eine mail gekriegt von nation war okay mit wo einmal die haben wir bekommen so das ist jetzt unwichtig da was da abgeht muss ich gleich mal diskutieren ja eine chaos lampe ok hp pots 500 kann man immer noch gebrauchen so ich werde gleich keine ahnung was ich gleich ran werde ich guck mal ob ich ja ich denke mal ich werde gleich am rfi rennen unserem shit verkauft ist leider nicht wirklich was ja nur das mit riebeleid mehr ist nicht rausgegangen oh tschuldigung was mich natürlich ein bisschen ärgert mal ja wenn man halt noch nicht wirklich viel eingenommen hat aber wie gesagt hoffentlich geht es gut da raus also die 100 mil haben auf jeden fall geknappt dadurch okay ich renne erst mal ein paar dungeon und danach sehen wir weiter so einen wunderschönen guten abend oder ja nächster teil sozusagen heute ist nicht viel passiert ich war das ist jetzt einmal awarded 100akan sauer um ja heute mit vielen zu Substanzen sind jetzt bevor wir 68 Mille da ist noch einer weg und das wars dann auch so die rein hab ich genau zwei das ist gut zu wissen ich muss mir nämlich drei stück kaufen ich will es einfach da ich jetzt das letzte level meiner mp rune machen kann jetzt hab ich alle runen so gut euch auf max bis auf halt die alz drop und die hp absorb limit ab aber bei der warte ich auch noch wegen dem hunting archivment bevor ich die plusse ansonsten ist alles auf max gut dann schrauben wir mal das kann weg und es geht um 6 prozent oberhalb ich mal sind mit dem Wurzeln m weg und für erhöhter der sieben ins Bett kommen morgen arbeiten ne Küssel kann auch weg für den einen habe ich letztens nur noch 99k bekommen dann kann ich den auch schrotten so weil normalerweise One Slut plus Null so Titanium oder Pherestin verkaufe ich immer gerne da man die ja zum Kooppen braucht aber die Crystals die waren so billig deswegen habe ich den jetzt einfach mal geschrottet das kann weg das weg, das weg, das, 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 das Mehrkaufsachen habe ich hier nicht Billigle Damage, HP, sehr schön, gute Scrolls diesmal Auktionshaus ist voll, Nation-Bow war ich auch einmal weg oh wieder nur ne gelbe das ist auch nochmal 500k ja da habe ich jetzt noch einen Slot-File, was vielleicht da rein den, 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 die Upgrade-Comedium zwei Stück nur, aber immerhin okay, ich verabschiede ich für heute und bis zum nächsten Mal nochmal hier, für die Leute, die unbedingt die Finger sehen wollten ja, der Zeigefinger geht einigermaßen der Mittelfinger hat es halt am Dolfen erwischt ja, viel Spaß damit ja, viel Spaß ja, viel Spaß ja, viel Spaß